Wie naiv sie eigentlich gewesen sind und jetzt wollen sie dieses Thema ganz schnell hinter sich bringen und so ist es auch da. Angenommen, es gibt mal wirklich den Kontakt, in welcher Form auch immer, sage ich dir, redet keiner mehr drüber, dass er gedacht hätte, es gäbe keine Aliens. Dann ist es, ah ja, okay, das ist jetzt die neue Realität und fertig. Ja, es bleibt ja auch in dem Sinne nichts anderes übrig. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Aussage von Fravor, Commander Fravor. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Flugfähigkeit der Tic-Tac-UFOs übersteigen alles, was die USA derzeit besitzen. Da muss man eine Sache an dieser Stelle sagen. Kann es in irgendeiner Weise sein, dass diese Tic-Tac-UFOs von einer anderen Regierung einfach sehr, sehr fortschrittliche Technologie, andere Regierungen sind? Halte ich eher für unwahrscheinlich. Einfach basierend darauf, wie beschrieben wird, wie diese Dinger sich bewegen, braucht man innerhalb dieses Flugobjektes in irgendeiner Weise einen Energieprozessor, der unglaublich viel Energie erzeugt, plus in der Lage ist, diese Energie dann so effizient umzuwandeln, dass es keine Hitze erzeugt. Und wenn es diese Technologie geben würde, dann würden wir uns gar keine Sorgen mehr um irgendwelche Stromkosten oder Energiepreise irgendwo auf der Welt machen, sondern...